Einen wunderschönen und willkommen zurück zur Stronghold 1 Definitive Edition der Juwelen-Kampagne. Hier ist wieder euer Truly Most Wanted und wir spielen weiter in der Schweinsbucht. Heute Mission Nummer 2, gefährliches Spiel. Ja, mal gucken wie gefährlich das Ganze sein wird, nachdem wir schon eine sehr harte Landung überwunden haben, auf dem Schwierigkeitsgrad sehr schwer und heute kann es ja hoffentlich nur besser werden. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen sollte und abonniert vor allem den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt von diesem Spiel oder weiteren Let's Plays hier auf dem Channel. Vielen Dank dafür und jetzt gehen wir rein in die Mission. Los geht's! Mission 2, gefährliches Spiel. Zurück auf dem Meer suchten wir zwei Tage lang nach einem geeigneten Ort zum Anlegen. Doch jedes Mal erwarteten sie uns bereits in großer Zahl. Schließlich ersann der Hauptmann einen schlauen, wenn auch riskanten Plan. Wir wollten ein Anlegen nahe eines der Seeforst des Schweins vortäuschen, um so hoffentlich den Großteil der Truppen dort hinzuziehen. Dann würden wir das Fuhr direkt ansteuern und einnehmen. Und das möglichst bevor die feindlichen Truppen den Plan durchschauten. Das klingt ein bisschen risky und ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Also, das wird eine Angriffsmission, wie ich euch das Ganze gehört. Und zwar müssen wir den Bergfried hier oben erobern. Interessant. Äh, das machen wir auch wieder auf sehr schwer natürlich. Und ja, kriegen wir Hinweise. Sei bereit, deine Truppen aufzuteilen. Das heißt, wir könnten überrascht werden. Äh, lass einige Truppen beim Steinbruch zurück, um mit den Truppen des Schweins fertig zu werden. Oh no. Manchmal ist es klüger, weiterzuziehen, anstatt alle Verteidiger auszulöschen. Mhm. Setze vor dem letzten Sturm die schnellsten Truppen ein, um Fallen auszulösen. Okay, also wir haben Zeitdruck, weil uns eine Armee besucht. Wir müssen dann versuchen, uns zu splitten. Ein Teil muss rein in die Burg, der andere muss verteidigen. Das wird ein Spaß. Okay, gehen wir mal hin und gucken uns mal die Mission so ein bisschen an. Das Fuhr hat nur wenige Verteidiger, Sir. Doch es wird trotzdem nicht leicht werden. Ja gut, hier haben wir sieben, acht Bogies da oben, so ein paar Amprostschützen sind dann mit dabei. Pech-Baumeister haben wir hier. Äh, ja, das ist jetzt erst einmal überschaubar. Wir müssen nur hier unten hinkommen. Das geht halt wirklich von der Anzahl her. Aber da wir jetzt hier das Problem haben, dass wir von hinten wahrscheinlich überrascht werden, hier unten ist ein Wegweiser, also werden wohl hier Truppen spawnen. gleich irgendwann. Müssen wir gucken, ob wir den ganzen Mannen hier machen können. Wir haben Schilde, die kommen erst mal direkt auf die 1. Gehen wir mal da hin. Dann Nummer 2, äh, Bogies hierhin. Dann, drei Armbrüste hierhin. Und marschen. Wir haben 36 Pieken und 20 Kolbis. Und Ritter und Schwertkämpfer. Ähm, wen lassen wir wie hier? Vor allem beim Steinbruch. Das heißt, sie meinen hier. Dass wir hier verteidigen oder Leute abhalten davon. Interessanter Ansatz. Wir könnten die Ritter hinten lassen zum Baten. Brauchen wir die hier oben drin. Wir können halt hier aufschießen, direkt von hier vorne auch so. Bam, 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 hier rein. Dass das Tor ausweg ist. Hier sind Lanzenträger. Die Kolbis sind, ehrlich gesagt, sinnvoller mitzunehmen, als wir hier hinten stehen zu lassen. Deswegen, das bleibt so, wie es ist. Dann machen wir Kolbis auf die 4. Bewegt euch, Hunde. Äh, Pieken auf die 5. Schwertis auf die 6. Ritter auf die 7. Und Katapulte auf die 8. So. Da hat man Tempo unterstellt auf. Meinetwegen Tempo 10. Und dann versuchen wir uns mal hier durch zu manövrieren. So, wir sind Tempo 5. Mit einer kleinen Mod, wie gesagt, und rein hier. Erstmal kopieren das Ganze. Ich glaube, lange Zeit, da fährt man nämlich eh nicht. Schildbereit. 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 Was gibt's? Schildbereit. Ja. Ja, Herr. Ja. Äh, 1, 2, 3, 4. So, direkt mal hier rüberziehen alles. Schildbereit. Eure Lordschaft. Bogenschützenbereit. Bereits. Eure Lordschaft. Mir wäre es so lieb, wenn die Bogies erstmal noch ein bisschen hinter den Schilden bleiben würden. Und dann halt mal speichern. Äh, Bucht des Schweins. Mission 2, Part 1. Und rein da. Und speichern. Schildbereit. Ach, doch. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Katapult, ihr müsst drankommen. Katapultbereit, My Lord. Schildbereit. Eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Wir sollten uns beeilen, Sir. Die Truppen werden bald merken, dass wir sie getäuscht haben. Oh, oh. Könnt ihr aufballern irgendwie? Nein, noch nicht. Katapulte rankommen. Katapult wird bewegt. So gut wie erledigt. Katapult bereit, My Lord. Wir stürmen nach voller Kamereien. Egal wie. Die Truppen des Schweins greifen an. Die Truppen sind zurück, Sir. Und bereits am Ende des Strandes. Pfff. Ja, dann, äh. Ja, endlich. Eure Leute. Die Klingeln sind wunderschärft. Weil auch unnötiges Ziel. Schildbereit. Eure Leute. Schreie nicht nach. Katapult bereit. My Lord. So gut wie erledigt. Ein Baller. Oh, man setzt die Ritter da hinten. Die Ritter müssen den Bait fangen. Wobei, die können wir auch gebrauchen. Äh, schwierig. Ich bin zur Stelle. Bodengespannt. Mach von unserer Schulter an. Komm. Trefft weg da. Was habt ihr vor? Bereits, meine Lordschaft. In zur Stelle. Auf, ins Schützenbereit. Achtung. Schild bereit. Eure Lordschaft. Ja, Jungs. Rann an Storz. Das Penkt muss aufgibt werden. Wie lautet der Plan? Uuuuh, da kommt Bespaßung. Wir stehen runter. Ihr müsst abhalten. Zu Befehl. Katapult bereit. My Lord. So gut wie erledigt. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Katapult bereit. So My Lord. Was wünscht ihr? Beweck da, weg da, weg, 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 weg. Beweck. Na los. Perfekt. Auf, ins Schützen beinem Wort. Was stehst du denn? Mein Herr? Schau. Bereit eure Lordschaft. Ja Herr. Ich bleibe auf dem Pro 20. Die Burg ist doch nicht offen. Metapulte. einer verteidiger die klingen sind die sind schulden die mann wir haben ein problem was wünscht ihr schnellheit knobel, 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 knobel Achtung es gibt eine welt in der wir es gewinnen können man muss begegnen muss ja gewinnbar sein noch nicht was wir mit euch geburt warum redet ihr an der randa 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 sehr geil ein paar fallen den kommt rein klopfen rein klopfen rein klopfen rein klopfen los gehts jungs kommt und fünf da hinten rein klopfen rein klopfen rein klopfen rein klopfen rein klopfen die rennen falsch bewegung los schultert die waffen vorwärts so dahinter einfach einfach dahinter los was wünscht ihr uns also aus ok wir haben eine gute lage wir haben es ach du heilige wie viele truppen kommen denn da wir haben es eine botschaft des schweins wir haben es hinbekommen also merkwürdig schnell aber sehr sehr gut ich glaube sogar die mission hier ich weiß das warum ich mag dieses konzept von weglaufen belagern und versuchen so effektiv wie möglich zu so eine geschichte zu regeln irgendwie hat das was wie findet ihr es schreibt es gerne mal in die kommentare und lasst vor allem einen daumen nach oben da wenn es euch gefallen haben sollte und vor allem wenn ihr wieder kommen wollt den kanal gerne abonnieren würde mich freuen uns beim nächsten video wieder zu treffen in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen und bis dahin yours truly most wanted bis dahin bye bye tschüss